Lely zeigt im Rahmen der Yellow Revolution Days die neuesten innovativen Konzepte rund um die effiziente und automatisierte Milfy-Haltung. Aufgrund der Sorge wegen der Blauzungenkrankheit wurden diese Entwicklungen nicht auf Praxis betrieben, sondern auf dem Testareal im Lely Campus vorgestellt. Nicht mit dem Label Yellow Revolution versehen war die nächste Generation des Stallreinigungsroboters Discovery Collector C2. Lely hat diese Weiterentwicklung bereits im vergangenen Jahr gelauncht. Mit neuster Technologie, kabellosem Laden und einer langlebigen 24 Volt Batterie hat dieses Gerät nun eine Fahrleistung von bis zu 14 Stunden pro Tag, kann Tag und Nacht in einem Stall bis zu 600 Quadratmetern und 120 Kühen sowie zwei Melkrobotern die Exkremente aufnehmen. Dank einem Assistenzprogramm wird die Installation des Roboters und die Anpassung der Reinigungsrouten nun wesentlich vereinfacht. Ganz neu ist jedoch das Sandspülungszubehör. Sand wird oft bei Liegeboxen verwendet, ist aber ein schwieriges Material, weil der Roboter den Sand zusammen mit dem Mist aufsaugt. Beim Auskippen bleibt der Sand in der Regel im Tank zurück. Nun hat Lely diese Sandspülung entwickelt. Dabei wird Wasser aus dem Puffertank verwendet, um den Sand aus dem Gülletank zu spülen, während der gesammelte Hofdünger entleert wird. Eine Yellow Revolution ist hingegen der 600 kg schwere Futterschieber Junomax. Der erste wirklich autonome Futterschieber, geeignet für Grossbetriebe mit mehreren Futterachsen. Bei der Installation wird die gesamte Umgebung mit einem 3D-Scanner aufgezeichnet und daraus eine 2D-Karte erzeugt, die als Basis für die Navigation und die Routenplanung dient. Weiter kommen LiDAR und odometrische Sensoren sowie eine multifunktionale Stereokamera und ein Laserscanner zum Einsatz, um Hindernisse und das Volumen am Futtertisch zu erkennen. Dank drei angetriebenen Rädern kann der Junomax Steigungen bis zu 20% bewältigen. Das Gerät befindet sich auf ausgewählten Betrieben noch in der Testphase. Die kommerzielle Einführung soll in einigen Jahren erfolgen. Mit dem Abkalbe- und Stallmonitor CETA will Lely in Zukunft das Tierwohl auf Milchviehbetrieben weiter steigern. Mit dem Einsatz von Kameras, LED-Leuchten und künstlicher Intelligenz wird die Überwachung von Kühen und des Stallbetriebs optimiert. Pro 10 Kühe wird auf einer Höhe von rund 4 Metern über dem Boden eine solche CETA-Einheit aufgehängt, die den Standort von Kühen sowie von mobilen Robotern erkennt und bestimmte Verhaltensweisen der Tiere auswertet. In der Nacht schalten die Leuchten in einen sogenannten Vollmond-Modus, der für das Funktionieren gerade genug Dämmerlicht bietet. Im Abkalbestall ist das System darauf trainiert, die Phasen des Abkalbens zu erkennen und den Landwirt bei Bedarf sofort zu alarmieren. Der Abkalbevorgang kann live übertragen werden. Auch dieses System werden wir derzeit mit vielversprechenden Ergebnissen in der Praxis getestet. Mehr Details zu diesen Innovationen wie gewohnt in der Printausgabe von Landtechnik Schweiz.